jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf krypto anarchist wir schauen mal rein leute xrp heute bei sind wir mal gnädig 40 cent runden wir mal auf er so 39 5 aber gut der ganze markt ist wieder bis zu 16 prozent runter die 18 prozent sogar hier und xrp hat in einfach nur ein prozent einbüßen müssen bitcoin auch bis dahin sehr stabil 21 2400 da hat sich also jetzt nicht großartig was geändert auch wenn der markt wieder ein bisschen negativer ist als zuvor bevor wir aber in das video rein starten leute bitte vergesst nicht diesen kanal zu abonnieren und dem video und daumen nach oben zu geben ist für euch eine sekunde aufwand aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf youtube von daher vielen vielen dank dafür dafür schauen wir auch einmal rein der erste tweet heute kommt von jack der rippler und hier geht es erstmal direkt krass krass los denn der iran und russland arbeiten an einem neuen gold gedeckten stablecoin das heißt da wissen sie auf jeden fall bescheid und ja er sagt dann hier stablecoin gedeckt von gold ich habe es euch vor vier jahren gesagt dass xrp die brücke für das gold gedeckte finanzsystem werden wird cbdc xrp cbdc und die cbdc ist quasi immer gold gedeckt er sagt dann hier 10.000 dollar plus pro xrp natürlich ist das schon eine krasse krasse prediction trotzdem schauen wir einmal hier in den cointelegraph rein und sehen hier einmal den ganzen bericht dazu ich muss auch sagen dass ich das ganze schon also mit cbdc und gold gedeckten stablecoins angesprochen habe ich glaube so vor zwei jahren also schon recht am anfang auch dieses ganzen kanals hier ich will dafür keine props ich will nur mal sagen man kann das ganze schon vorher wissen bevor es passiert tatsächlich also in den medien passiert deswegen auf jeden fall krass aber hier haben wir jetzt offizielle bestätigung und können von da aus sehen wie es sich weiter entwickelt denn mit sicherheit sind das nicht die einzigen länder da die daran arbeiten wenn das jetzt die sind die schon quasi nach außen gehen und sagen hey wir machen das und so weiter dann wird es da im hintergrund noch einige andere verhandlungen und so weiter technische tests und was auch immer geben ich bin sehr gespannt wie sich das ganze am ende beweisen wird ich denke einfach dass das natürlich auch bullisch für gold sein wird und das ganze ist dann mit sicherheit positiv für den ganzen markt da irgendwo generell ein gold gedecktes system ist natürlich nicht verkehrt und deutlich besser als ein nicht gold gedecktes system was einfach auf inflationen basiert dann noch mal kurz ein reminder hier von brad garlinghaus er wird morgen sprechen auf dem world economic forum und zwar geht es da um die richtige balance in crypto werden das ganze gestern schon ausführlich thematisiert und hier hat er noch mal ein tweet dazu verfasst und sagt dann hier dass er zusammen mit einem aus der europäischen kommission und einem von den vereinigten arabischen emiraten da sprechen wird coole sache und ich bin mal sehr gespannt ob er da vielleicht den ein oder anderen hinweis in richtung settlement oder generell ich sag mal regulatorische klarheit in den usa droppen wird könnte ich mir vorstellen das ganze noch mal hier ein bisschen genauer sehen möchte findet hier bei we forum.org das ganze panel und das ganze line up auch allgemein hier also für morgen den donnerstag hat man hier einmal das ganze roaster voll quasi ziemlich krass also da gibt es glaube ich mehr als genug sachen die man sich anschauen möchte wenn man sich das anschauen möchte dann geht es weiter von bloomberg crypto und hier ist natürlich wie immer um die klage und wie immer um die frage sollte die crypto industrie reguliert werden in gewisser weise mit sicherheit ja und stuart alte die schreibt daraufhin dass sich die experten einig sind und natürlich wird das ende beziehungsweise das ergebnis aus der ripple sec klage natürlich auch einen signifikanten einfluss auf die zukunft von crypto in den usa haben mit sicherheit denn es gibt einfach zwei szenarien entweder ripple gewinnt kann zeigen dass xrp keine security ist auch wenn natürlich xrp sehr nah an ripple quasi gebunden ist wenn man so möchte und somit würde das mit sicherheit auch andere firmen entlasten bei denen diese verbindung sogar nicht mal so krass ist wie bei ripple und xrp auf der anderen seite wenn man jetzt sagt okay das handelt sich dabei um eine security dann hätte man einen extrempunkt dann hätte man einen präzedenzfall und könnte sagen okay dieses verhalten hier ist anscheinend nicht erlaubt natürlich geht es da immer noch um nuancen also war es quasi in der vergangenheit nicht erlaubt ist es vielleicht ab jetzt nicht erlaubt und so weiter das sind ja andere fragen aber ich bin trotzdem der meinung dass das natürlich einen signifikanten einfluss auf den kryptomarkt in den usa zumindest haben wird und ja ich glaube es entscheidet auch so ein bisschen darüber ob rippen noch weiter in den usa bleiben wird oder ob sie dann sagen okay dann sind wir lieber in dubai dann sehen wir uns später so ich glaube das wird auch gerade für die zukunft der finanzindustrie einen großen einfluss in den usa haben dann haben wir noch mal egal crypto twitter hat das neue feature hinzugefügt mit dem man hier einen coin eingeben kann dann kommt der chart bei mir hat es zuerst gehört ich hatte das glaube ich schon vor drei oder vier tagen mal drin wenn ich einfach mal xp hier eingeben dann funktioniert das ganze auch aber wie gesagt ist auf robin hood robin hood mochten und mögen ja die meisten irgendwie nicht so gerne inklusive mir und ja zumindest haben wir trotzdem hier oben den chart er ist ein bisschen off von dem hier aber naja man kann ja auch nicht alles erwarten dann ist in zukunft rippel wird es nicht der einzige fall den wir hier in den videos behandelt werden denn es könnte dazu kommen dass das noch mal bei coinbase richtig heiß wird denn coinbase ist gerade auch in einen neuen fall mit reingezogen worden also wird verklagt und zwar geht es um den airdrop von flair und von sombert denn sie weigern sich ja aktuell die tokens rauszugeben ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher ob sie einfach generell sagen die machen wir nicht oder ob sie nicht eher gesagt haben dass sie das zu einem späteren zeitpunkt ausbringen weil ich glaube das war der fall dass sie gesagt haben ja wir werden das dann so ungefähr nach einem monat oder so ausschütten ist an sich natürlich nicht die schöne art denn die ganzen nutzer wollen mit sicherheit gerne ihre flair und somber token jetzt schon haben auf der anderen seite muss ich einfach ganz klar sagen leute habt eure kreis nicht auf diesen börsen nicht bei korn ist nicht bei beiden nicht irgendwo einfach nur immer self custody selbst verwahrt in irgendwelchen software oder am besten hardware wallets denn dann passiert euch sowas überhaupt gar nicht dann habt ihr aber gar kein problem dann kann coinbase nicht kommen und durch irgendwas nicht ausbezahlen und wenn es dann auch nur für diese eine minute ist also hätte diese person einfach diese xrp zu dem zeitpunkt einmal auf eine private wallet gemacht und meinetwegen danach sofort wieder an coinbase geschickt dann würde er trotzdem das geld auf seine private wallet bekommen und das wäre mit sicherheit in seinem interesse dann müsste er jetzt nicht irgendwie vor gericht ziehen und so weiter also ja das hätte man auch ganz einfach anders haben können dann geht es weiter von nail smith und hier geht es um das australische crypto exchange das ja letztens xrp aufgenommen hat in sein trading repertoire und ja jetzt in kürzester zeit ist xrp tatsächlich da schon der top handler also der coin der am meisten gehandelt wird sozusagen top volumen und das ganze crypto exchange wird da einfach nur von dem volumen quasi dominiert natürlich eine ziemlich coole sache und ziemlich lustig sie werden damit sicher gut daran verdienen und es geht hier eben natürlich auch um on demand liquidity insgesamt ging es da wohl um 10,2 millionen in 24 stunden volumen was natürlich weit mehr ist als alle anderen crypto währungen zusammen über diese periode das heißt also über dieses volumen werden sich mit sicherheit alle beteiligten da freuen und da kann man nur sagen hey glückwunsch richtige entscheidung getroffen und natürlich ist die einführung von so einem mechanismus und auch von seinem coin auf dem exchange natürlich die beste wahl und ich freue mich auch so ein bisschen dass das ganze dann quasi auch belohnt wird und dass sie da auch dann positive resultate sehen denn das bekommen mit sicherheit auch andere player mit und die werden das ganze dann natürlich auch weiter tragen implementieren und so weiter die ganze maschinerie kennt ihr dann geht es weiter von the wrath of cayman und hier geht es um ein spezielles thema und zwar um crypto währungen in afrika es geht da speziell um bitcoin stable coins im allgemeinen smart contracts wie zb auch auf dem ethereum netzwerk und hat sogar eine passage über xrp in dem es um cross border payments geht denn das sind mit sicherheit alles interessante themen die in zukunft auf ganz afrika noch zukommen werden ich meine wir sehen natürlich auch hier in zum beispiel europa oder amerika sind diese dinge natürlich auch noch bei weitem nicht komplett entwickelt müssen wir gar nicht darüber reden dass natürlich stable coins und auch smart contracts und so weiter noch lange nicht auf dem niveau sind wo man das ganze wirklich aktiv nutzen kann enterprise mehr sich nutzen kann und da richtig neuer wert geschaffen wird sage ich mal aber man muss natürlich sagen dass das ganze in afrika natürlich noch mal ein bisschen weiter zurückgestellt ist und ich bin mir sicher in der folgenden zeit werden wir da mit sicherheit in afrika und auch in indien und so weiter einen großen boom sehen können was so eine crypto freundlichkeit irgendwo an betrifft bin ich einfach mal so der meinung dann kommen wir noch mal zu einem kontroversen thema also ich finde das immer ganz lustig ich spreche über irgendwelche rechts klagen ich spreche immer irgendwie über irgendwelche insider informationen und so weiter und das kontroverseste was ich mit sicherheit heute anspreche ist trotzdem bitcoin kritik beziehungsweise bitcoin kritiker das hotel princess ploching ich glaube dass es ein hotel was bitcoin akzeptiert ich habe es nur einmal so am rand mitbekommen ich bin nicht in dieser bitcoin bubble so drin aber zumindest schreiben sie hier dass man einen bitcoin kritiker finden soll der sich intensiv und mehr als 100 stunden mit bitcoin alleine beschäftigt hat und zum schluss gekommen ist bitcoin ist kein hashtag gesundes geld als belohnung bekommt man dann eine übernachtung in der hot law street also das auf jeden fall sehr sehr wild ich habe mich zwar nicht 100 stunden exklusiv mit bitcoin beschäftigt ich habe mich 100 stunden locker 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 mehr als 100 stunden mit dem ganzen gruppe markt beschäftigt alleine wenn ihr mal die ganzen videos hier zusammen zählt und so weiter da kommt mit sicherheit auch einiges zustande aber was ich eigentlich sagen will ist ich finde erstmal diesen begriff gesundes geld irgendwie bisschen ja halt schwammig ne ich sage mal wer wer definiert was gesundes geld ist jetzt was meint das aber ich gehe mal davon aus dass ich jetzt sage gesundes geld meint dass es nicht jetzt unendlich inflationiert werden kann dass es nicht irgendwie ich weiß auch nicht gestohlen werden kann und so weiter und da muss man natürlich ganz klar recht geben das ganze ist aber dann die frage auf welchen coin kann ich das ganze nicht beziehen also ich kann es genauso sagen über xrp und würden jetzt bitcoin-maximalisten sagen ja ja xrp ist auch gesundes geld oder ethereum gut ethereum ist ein bisschen inflationär teilweise aber insgesamt muss man sagen dass bitcoin dann quasi den gleichen stellenwert meiner meinung nach haben sollte wie andere coins die das gleiche irgendwo erreichen dr julian hasp sagt dann hier dass er sich weit mehr als 100 stunden damit beschäftigt hat und er sieht bitcoin nicht als gesundes geld finde ich auf jeden fall krass ich dachte ehrlich gesagt immer dass er so der bitcoin vorreiter ist hier so in europa oder also im deutschsprachigen raum insgesamt würde ich sagen aber anscheinend ist er ja dann irgendwie nicht der meinung dass das gesundes geld ist und dann hat man schon die ersten schweißperlen aus meiner sicht von hotel princess gesehen denn anstatt einfach zu sagen okay du bist ja wohl der ober mag hier und wenn du sagst das ist es nicht dann haben wir quasi die wette hier klar verloren und stattdessen derailen sie und sagen sie ja aber was ist denn dann für dich gesundes geld fiat währung ja und dann sagt er nein und dann sagen sie gibt es dann für dich überhaupt sowas wie gesundes geld und da hat er nicht mehr darauf geantwortet natürlich werden sie ihm auch wenn er hier geschrieben hätte er möchte gerne in diese hodler suite mit sicherheit würden sie ihm das nicht einfach so geben deswegen da aus meiner sicht sehr inkonsistent ich weiß natürlich was sie damit meinen aber wenn sie schon sowas sagen und dann kommt wirklich so jemand der sich wirklich damit befasst hat meiner meinung nach dann sollte man auf jeden fall auch sein wort halten wenn ihr mir einen xrp kritiker findet der sich intensiv und mehr als 100 stunden mit xrp beschäftigt hat und dann zum schluss gekommen ist dass xrp kein gesundes geld ist dann könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben belohnung ist ich poste euch einen lustigen spruch dann unter eurem kommentar also das könnt ihr auf jeden fall machen und ich halte auch mein wort dann haben wir noch xns.xrp also der xrp domain service ist natürlich keine werbung ich wollte hier nur mal sagen am 22 februar launch das ganze ding und man kann diese .xrp domains holen wie gesagt ich würde mir gerne die crypto anarchist.xrp domain mal holen mal schauen vielleicht kämen da ein paar leute darauf und ziehen mir die dann ab und wollen mir die dann teuer verkaufen das mache ich nicht leute da da müsst ihr gar nicht hoffen und am ende haben wir natürlich wie immer noch ein fun tweet hier einmal von coin graph und hier geht es einmal darum wenn du deine kryptos verkauft hast die sich seit jahren nicht bewegt haben und dann steigen sie plötzlich im preis ja das hat mit sicherheit schon mal erlebt also dieses ach ja da passiert ja gar nichts mehr so über gefühlt zwei jahre zehn prozent dann denkt man sich ja okay ist zwar netter profit aber jetzt nicht die welt gerade wenn man jetzt mit kleineren beträgen handelt und dann auf einmal so verkauft man dann irgendwie paar wochen später war der kurs explodiert und dann auf einmal 500 prozent 1000 prozent ja aber nur traurig trotzdem müssen wir nach vorne blicken und die ganzen sachen sind in der vergangenheit von daher habe ich mich natürlich sehr gefreut dass ihr heute mit dabei gewesen seid ich hoffe mal wir sehen uns auch morgen auf diesem kanal wieder zu neuen news rund um den kryptomarkt allgemein und bis dahin schreibt mir doch mal gerne in die kommentare was ihr so denkt zu den ganzen themen wir sehen uns heute haut rein ciao